Rosemarie Gall hat uns ein Video geschickt, sehr nett, das ist toll. Da krabbeln viele kleine Tiere rum und sie fragt, was kann das sein? Sie hat es auch schon mit Essig versucht. Gucken wir mal. Was sieht der Doktor? Das sind Trauermücken. Ja, die sagen schon den Tod der Pflanze voraus? Nein, Trauermücken sagen einfach an, dass ich zu viel gieße. Das heißt, wenn die Erde zu feucht ist, dann finden diese Trauermückenlarven gute Vermehrungsmöglichkeiten und einfach den Topf mal richtig durchtrocknen lassen und weniger gießen. Und dann werden die auch weniger. Der Essig war sinnlos, den braucht man dann. Ja, nein, der Essig macht den Boden nur sauer.